Manuel, wir begrüßen dich recht herzlich zum Meerbuscher HV und ja, wir haben quasi unsere Laufshirts, unsere Aufwärmsshirts vordrucken lassen und ja, ich möchte dir das heute für den Verein, für die Truppe so ein bisschen überreichen. Ja, Manuel, du bist jetzt beim Meerbuscher HV. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe Kontakt zu Patrick aufgenommen. Ich habe so ein Rückenleiden, das kennt jetzt hier jeder im Verein und ich brauche den Physio und Patrick hat mir das ermöglicht, sowas hier einzurichten und ja, nun habe ich die Chance durch Ragme meinen Rücken wieder aufzubauen und das hatte ich jetzt als Angelegenheit genutzt und nun bin ich da und trage dieses Trikot in der Hand. Welche Position spielst du denn? Ich bin Rückraumspieler, also Mitte, Halb, links, das sind so die Positionen, die ich gerne spiele. Was sind denn deine Ziele mit dem MHV? Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal wieder reinkommen, also der Rücken muss wieder fit sein, da muss ich mir jetzt ein bisschen den Arsch aufreißen, bis die Saison wieder anfängt. Ansonsten, ja, also solange ich wieder fit bin, würde ich schon ganz gerne wieder angreifen wollen und ja, die Gelegenheit werde ich nutzen. Patrick meinte, man ist hier in einem Verein mit Ambitionen und das finde ich schon mal ziemlich gut. So alt bin ich auch noch nicht, mit 28 kann ich nochmal anfangen und das würde ich dann jetzt auch nutzen wollen. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim MHV. Danke, danke, vielen Dank. Ich möchte dich erstmal willkommen heißen, nochmal offiziell, ne, aus, 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 aus Trainersicht auf jeden Fall, drüber bin ich, freuen uns sehr, dich bei uns begrüßen zu dürfen, hoffen, dass du viel neuen Elan mit auch ins Team bringst und so und ja, wir haben, wir haben Laufschürz, der Manuel hat eben seins schon bekommen, ich habe auch für dich noch eins dabei, das sind, oder Aufwärmschürz oder wie auch immer man ihn nennen will, ne, so ein bisschen mit unseren Sponsoren, hier, wir sind der Merbusche AV und das, das, das gebe ich dir jetzt einfach mal so als, als Zeichen des, des Willkommens für MHV und ja, freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Gerne. Ja, wie bist du auf dem MHV gekommen? Also der MHV gibt es ja noch nicht so lange und du hast ja vorher auch woanders gespielt. Wie bist du jetzt hier hingekommen? Wie ich hingekommen bin, also ich habe vorher ja bei West gespielt, 18 Jahre lang und habe mir gedacht, probierst du mal was anderes aus, nach 18 Jahren. Und welche Ziele hast du mit dem MHV? Unter die ersten fünf zu kommen, in der Bezirksliga und den Jungs mal ein bisschen was zu zeigen, auf Rechtsaußen. Sehr gut, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Dankeschön. MHV 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 oris